Jetzt habe ich gerade einen müden Krieger vor mir, der den zweiten Berg beklimmt. Mori put, rede ich einmal um. Mori kaputt im Moment. Mori kaputt. Deffen, energetisches Loch, nennt man das. Aber es wird schon wieder. Wenn es dann sieben Kilometer bergenunter geht, dann mache ich einen anderen Film. Ein Rektorfilm.